Moin und willkommen zurück zum Fußballmanager 14 beim MTV Gießen in der Kreisliga mit dem guten Malte und gewissen Internetproblemen, die uns schon eine Dreiviertelstunde gekostet haben. Und jetzt die Frage, ob wir das jetzt durchziehen können oder nicht. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Gut, also wir waren bei einem Freundschaftsspiel stehen geblieben. Darf ich mal kurz noch zwischenfunken? Das Bild ist gestochen scharf. Ich bin begeistert. Krass. Dann scheint es ja jetzt doch noch zu laufen. Der Pirat sagt gerade, ja, ich habe es gewusst. Okay. Was auch immer. Also er hat gewusst, dass es laufen muss, dass es laufen wird. Ach so, alles klar. Alles klar, gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Na gut, dann können wir jetzt hier das Freundschaftsspiel starten. Jupp. Boah. Gut, dann schaue ich mal kurz, ob alles in Ordnung ist. Das können wir runterschrauben. Definitiv. Heilig. Und, ähm, dann die, 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 die Spieler sind die Frisch. Kann sein. Ja, geht so. Ja, 90, 90er Bereich sind alle. Also ich, ich lasse es jetzt einfach mal. Wir wollen ja vorankommen. Ja gut, dann kann es losgehen. So. Vorausgesetzt, der Kral spielt. Ich hoffe, das hast du noch bedacht. Nee. Tatsächlich habe ich das nicht bedacht. Und habe ich einen Killer Cakes. Er hat jetzt gleich wieder moralische Einbußen. Ja, wahrscheinlich. Ja, solide Halbzeitführung kann man in die Karten. Und durchtauschen. Dann hier noch und die beiden Stürmer und ab in die zweite Hälfte. Dann eben nochmal ein bisschen quatschen. Gut. So, wie auch immer. Los geht's. Joa, joa. Ein Spiel gegen die Jugend, wie man es sich nur wünscht. Mhm. Der Pirat, der der Grüne Acht war, wenn ich mich recht erinnere, hat gerade geschrieben, ich hatte zwischendurch einen Krampf. Tat scheiße weh. Alles klar. Ja, das ist einer der legendären Momente. Du sitzt auf dem Stuhl, rührst dich nicht vom Fleck und zack, stechender Schmerz. Bei mir meistens im Oberschenkel, kann aber auch woanders auftreten. Und dann kippst du wie der letzte Vollidiot vom Stuhl und die schreien auf den Boden. Sieht von außen ultra witzig aus, ist aber fies und schmerzhaft. Ja, vor allem, weil sich das nicht andeutet. Ankündigt. Das kommt ja überhaupt nicht, das kommt ganz plötzlich, zack, und das hätte ja jemanden an der Nadel reingestochen. Okay, also mein Vorschau-Stream, der hängt gerade, aber wenn es bei allen anderen läuft, dann sollte mir das recht sein. Ja, sieht gut aus. Ja gut, dann ignoriere ich einfach meine Probleme gerade. Ja genau, dann ignoriere ich, genau, kannst einfach ignorieren. Das ist nur Luxus, dieser Vorschau-Stream. Okay, dann, ich zeige dir mal die Anlagen eben. Ja, stimmt. Die sind gestiegen um 10%. Ach komm, die können mich mit bald mal kreuzweise. Ähm. Jo. Und quatschen. Ja, genau. Obwohl ich ihn hier überspringen kann. Erinnerst du ihn noch so viel aus dem Kopf heraus, wie viele Punkte es noch waren, die wir brauchen zum sicheren Aufstieg? Ne, ich weiß nur, dass wir fünf Spiele oder so verlieren können, wenn wir wollen. Ja, sechs waren es sogar. Oder so. Ah, da oben steht es ja auch, 20, ja. Alles klar, ja, stimmt. Ist ja eingeblendet. Ja, dürfte nicht mal allzu viel sein. Oh, verzeihung, muss man wieder husten. Viel Spaß. Danke. An dem bin ich ja immer noch nicht los geworden, ne. Ich will nämlich immer mit rum. Ich bin bei dem, bei dem, bei dem, äh, du hast dich in dieser Saison sehr verbessert, noch ein bisschen vorsichtig. Das will ich mir lieber aufheben. Ja. Falls, falls, falls das dann tatsächlich stimmt, also, äh, ja. Gut, dann führen wir jetzt noch das letzte Gespräch und dann können wir ins Spiel gehen. Wobei ich soll vorher... Ich wünschte schon mal präventiv, viel Glück. Vielen, vielen Dank. Ich schaue noch gerade, ob die, ob die Aufstellung so in Ordnung ist. Ne, ne, stimmt, das müssen wir so lassen. Danny House ist ja Bankprofi. Aber der Rest, den kann man, oder, Moment, Deutschmann, Meichelböck, die kann man tauschen. Da haben wir was gewonnen und ich glaube, jetzt passt es aber. Dann noch die. 34, der alte Rentner. Mh. Aber wenn er besser ist, stelle ich ihn auf. Ja, ja. Ist ein Pflichtspiel. Wenn das positionsmäßig, ja, stimmt, ist alles okay. So, okay, los geht's. Erstes Spiel, erstes Pflichtspiel für heute. Mhm. Na, fast eine Stunde. Ja. Okay. Wir spielen im Auswärtsdekor, das ist richtig so. Gut, dann bin ich gespannt, wie das läuft. Meine Wittlichkeit auch. So, und dann schreibt der Pirat noch, bei mir hatte, mitten in der Schule ein Klassenkamerad einen Krampf. Mitten in der Schule, okay. Das ist dann bestimmt eine Belustigung für alle anderen. Wenn da einer von... Keine Vorstellung, du sitzt da so mitten in der Matte und guckst dich um und plötzlich kippt da dein Nachbar vom Stuhl und schreit zum Boden. Mhm. Bis auf einen dürften da alle lachen, glaube ich. Ja. Ja. Es gibt auch so die Spaßbremsen von Lehrern, die ja nicht anfangen zu lachen, sondern sagen, man soll natürlich schon mit dem Geschrei aufhören. Oder Mitleid. Gleich. Sogar. Wer weiß. Ähm. Nur bei sehr wenigen Lehrkörpern, die ich kenne. So. Highlights. So. Let's go. Dann lassen wir uns das mal über uns ergehen hier. Das Tor fest, hoffe ich zumindest. Zumindest in die richtige Richtung. Da ist die erste Szene. Naja. Ja, wenn ich das bei den Spielszenen, dass das bei mir nicht flüssig läuft, das bin ich angebot. Na gut. Ich glaube, es ist auch nicht das Allerwichtigste unbedingt bei einem Manager-Spiel. Ne, nicht unbedingt. Ich kann nicht drauf verzichten. Solange ich sehe, wie es steht, weiß ich Bescheid. Mhm. Ja, in der ersten Minute ganz unten steht. Dieses Spiel wird kein Spaß. Ja, ich ahne warum. Naja. Erster gegen vierte, oder wie war das? Der Pirat schreibt gerade neun von zehn Leuten finden Mobbing lustig. Ja. Wer könnte da wohl was dagegen? Lachen los. Boah, die Spanier machen mir Angst. Ja, wir sind ein bisschen vor unserem Vorsatz, hätte ich vorhin gewesen. Jetzt kommen sie doch wieder zurück, oder was? Ja, hartnäckig anscheinend. Boah. Ah, ne, sind Tabellen siebter. Okay, stärkemäßig waren sie vierter. Okay, jetzt habe ich sie erneut. Alles klar. Gut, da sind wir aber beiden auf Platz eins. Und das war schon wieder nichts. Ne, der geht an den Torrad. Das wäre schon beruhigend. Oh, die Spanier schon wieder. Ja gut, ich sage nichts mehr. Boah, schon wieder so ein knappes Ding. Jungs, ihr müsst da hinten aufpassen. Ey, ihr könnt dauernd so mit reinmarschieren. Immerhin führen die Spanier bei den gelben Karten. Ja. Das ist ne Führung, die sie gerne haben dürfen. Ja, ne Rote. Ja, ne Rote wäre natürlich nicht schlecht. Muss man schon sagen. Ja, jetzt aber. Der 20. Spieltag ist das. Und jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Das ist wirklich Ziel. Och. Was ist das denn? Wie viele Versuche brauchen wir noch? Wir haben gleich Halbzeit und noch nichts geschafft. Ja, endlich. Ja, es braucht aber auch Zeit. Ich höre gerade im Hintergrund, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Moment, ja, stimmt, Auswärtssieg. Das hat schon seine Richtigkeit. Ja. Gut, dann tauschen wir mal durch. Wer ist am müdesten? Dann fliegt mal die Truppe wieder zusammen. Dann der nächstmüdeste ist er hier. Und der drittmüdeste ist er. Die tauschen wir mal aus. Und dann noch die Ansprache für die zweite Hälfte. Und dann eben das Gequatsche. Gequatsche, Gequatsche, Gequatsche. Und da unten noch ein enge Gequatsche. Naja. Weiter geht's. Zweite Hälfte. Baut das mal aus, bitte. Das wäre schön. Ja, so ungefähr. In die Richtung. Richtige Richtung, richtige Richtung. Naja. Noch nicht ganz, aber im groben Züge richtig. Wieder Kommunismus. Gute Idee, schlechte Umsetzung. Oh. Ah, das ist aber auch schwer. Das funktioniert nicht wirklich. Also, der Mensch ist dafür zu egoistisch. Gut möglicher. Juhu. 2-0. Gut. Damit kann ich mich wieder zurücklehnen. Gegenturm möchte ich jetzt noch nicht haben. Oh, meine Vorschau hängt schon wieder, aber gut. Wenn ich der Einzige bin, der Probleme hat, ist es mir egal. Ich gucke kurz. Ja, bist du. Gut. Und noch eins. Naja. Wenn man ehrlich ist, sind zwei schon okay. Aber, naja. Ja. Wenn man uns Stärke anguckt, wir müssen zwei Liegen höher mithalten können. Also würde ich mir da schon ein bisschen mehr wünschen. Du möchtest einen zwei Liegen höher mithalten. Hm? Du möchtest einen zwei Liegen höher jetzt schon mithalten. Ne, von der Stärke, vom Stärkewert könnten wir das. Ja, gut. Die mag das vielleicht hergeben, ne. Aber da musst du auch dran denken. Also, erstmal was die Eingespieltheit der Männer angeht. Ne, also wir haben ja abwehrmäßig zwei neue Gold. Also, die muss ich ja auch erstmal finden, die Seite. Und dann, ja, weiß nicht, ne. Das ist ein anderes Spielniveau, ne. Und wenn du das Pensum dann von da oben gewöhnt bist, ist das natürlich was anderes. Gut. Das werden wir wohl sehen. Aber wir haben ja noch zwei Jahre, bis wir in diesen zwei Liegen höher sind. So. Sicher. Das Spiel ist rum. Ja. Oder ne, das ist die letzte Szene. Ich hab den Pfiff schon gehört. Ja, jetzt ist es rum. Der Pfiff kam schon, aber dann hat er noch eine Szene gezeigt. Okay. Da ist die Tabelle. Die Türkei im Spor hat wieder unentschieden gespielt. Das heißt, wir haben noch eine größere Führung. Jetzt sind es 22, 22? Ja. Ja, 22 Punkte. Okay. Das sind sieben Spiele. Ja, zwei Siege noch. Zwei oder drei. Och, Winterfest. Wir. Ja gut, das war ja offensichtlich, glaube ich. Ja gut. MTV Gießen war das erfolgreichste Team in diesem Winter. Kann man sich mal gönnen. Jo. So, und die Frankfurter Zitter dann bis zum Schluss sind Vierter. Und der HSV ist Siebter. Ach, sie steigen nicht ab. Das ist schon alles, was mich interessiert. Ach so, was man vielleicht noch gucken sollte, wäre wegen, wegen, wegen der Jugend. Haha. Da war ja auch noch was. Ja. Viel Vergnügen. Ja, hier haben wir neun Besten. Oh. Oder war der, oder war der vorher auch schon dabei? Ich glaube, der war sogar, der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, der war vorher schon dabei, nur verletzt. Ja gut. Wie war das? Den schmeiße ich raus oder lasse ich den trennen? Ich muss nochmal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das heißt, den schmeiße ich raus. Ja. Doch, so habe ich durchgezählt. Den willst du rausschmeißen? Den Bertsch. Nee, nicht in den Kader berufen, falsche Taste. Ja, gut, okay, der ist ja auch sowieso Talentstufe zwei. Ja, genau. Da kannst du ruhig rauswerfen. So. Ja, nein, nicht ihn, ihn, meine ich. So, das war die A-Jugend und dann eben mal die B-Jugend noch versorgen. Zwar war das so, dass der hier rausflickt, ne? Ich vergleiche nochmal, damit ich es mir sicher sein kann. Ja, so war das. Das heißt, ja, einer von denen. Das hat mich großartig stören in deinem Programm, aber sieh mal gleich zu, dass du den 1-A-Jugend-Spieler, der fit ist, der hier in die Mannschaft stellst. Ja. Kein Ding. Dann eben nochmal die B-Jugend. Oh, ich komme auf diesen Rossi nicht klar mit seiner acht Stärkepunkte. Ich wette mit dir, dass ich sogar besser bin als der. Hätte ich eine Wertung. Ja, wenn man bedenkt, dass es ein Kreisliga-Verein ist, in der B-Jugend. Ja, darauf wette ich. Wer da weniger als halb so gut ist wie alle anderen. Ich habe in der B-Jugend damals gespielt von einem Bezirksligisten. Also Achtung. Acht Stärkepunkte sollten da vielleicht drin sein. Wahrscheinlich. Talentstufen natürlich nur eins. Das ist ja wohl klar. Ja, wahrscheinlich. Das haben ja die meisten hier, wenn man nicht gerade hier am selektieren ist. So, dann kommt er hier hin. Ich kann nochmal eben schauen, ob ich da irgendwelche Mentoren verteilen kann. Ach, die sind sowieso wieder widerspenstig. Wie Sau. Du musst keine Hoffnung machen. So, der heilige Kral ist sich wieder zu fein. Dann gehen wir mal weiter. Jo. So, und der Pirat hat geschrieben, mein ehemaliger bester Freund hat heute richtig scheiße gebaut. Doppelpunkt minus Slash. Und dann sagt er noch, dass es laggt. Das ist natürlich doof. Das ist weniger gut. Ja, mir sagt er schon wieder Verbindung oder Unterbrochen. Also bei dir kommt wieder nichts an. Ja, doch, jetzt läuft es wieder. Also er ist wieder instabil. Also, ich schaue eben auch nochmal. Ich gehe mal kurz aus dem Spiel raus. Ja, die gleiche Meldung ist wieder da. Ja. Okay, also wenn wir das hier nicht vernünftig hinkriegen, dann haben wir jetzt eine Folge. Danke fürs Ertragen des Videos für heut. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du was scheiße, warst deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal. Bad... Badum, 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 badum. Badum, 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 badum. Ja, baum. Vielen Dank.